Klaus Kinkel ist ein ehemaliger deutscher Politiker und Jurist. Von 1979 bis 1982 war er Präsident des Bundesnachrichtendienstes, von 1991 bis 1992 Bundesminister der Justiz, von 1992 bis 1998 Bundesminister des Auswärtigen und von 1993 bis 1998 Stellvertreter des Bundeskanzlers. Von 1993 bis 1995 war er außerdem Bundesvorsitzender der FDP. Er ist selbstständiger Rechtsanwalt in St. Augustin. Leben und Beruf Kinkel wuchs in Hechingen auf. Sein Vater war Internist. Nach dem Abitur 1956 am staatlichen Gymnasium Hechingen absolvierte Kinkel ein Studium der Rechtswissenschaft an den Universitäten Tübingen und Bonn. Das er 1960 mit dem ersten juristischen Staatsexamen in Tübingen beendete. Nach dem Referendariat am Landgericht Hechingen folgte ein 1965 Dekasekunden zweite juristische Staatsexamen. 1964 wurde er an der Universität zu Köln mit der Arbeit die Lehre von Puppitz für die Gestaltung des gemeindlichen Finanzausgleichs zum Dr. Jur. Promoviert. Er trat dann in die baden-württembergische Verwaltung ein und war bis 1968 beim Landratsamt Balingen tätig. 1968 wechselte er in das Bundesministerium des Innern. Hier war er von 1970 bis 1974 persönlicher Referent von Bundesminister Hans-Dietrich Genscher, zuletzt auch als Leiter des Ministerbüros. Nachdem Genscher 1974 die Leitung des Auswärtigen Amtes übernommen hatte, wurde Kinkel hier Leiter des Leitungsstabes und 1979 Leiter des Planungsstabes. Seit seinem Ausscheiden als Bundesaußenminister 1998 ist Kinkel als Rechtsanwalt tätig und engagierte sich set. B. als Botschafter für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 der Menschen mit Behinderung in Deutschland. Darüber hinaus ist er in zahlreichen sozialen Projekten für die Belange von Menschen mit Behinderung tätig, ebenso wie als Ehrenmeister der Karlsruhe, Handwerkskammer oder im Bereich der Bildung als Vorsitzender der Deutsche Telekom Stiftung in Bonn. Kinkel ist verheiratet und hat drei Kinder. Eine Tochter kam bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Kinkel ist seit Studientagen Mitglied der katholischen Studentenverbindung AV-Gestfalljahr-Tübingen-CV-Partei. Kinkel trat 1991 erst kurz nach seiner Ernennung zum Bundesminister der FDP bei. Vom 11. Juni 1993 bis zum 10. Juni 1995 war er Bundesvorsitzender der FDP. In seiner Amtszeit als Bundesvorsitzender fielen 14 Wahlen, bei denen die FDP erhebliche Verluste hinnehmen musste, so verfehlte sie bei zwölf Landtagswahlen den Einzug ins Parlament. Kinkel trat daher nach Ablauf seiner Amtszeit 1995 nicht mehr als Bundesvorsitzender an, Sein Nachfolger wurde Wolfgang Gerhardt, Abgeordneter. Von 1994 bis 2002 war er Mitglied des Deutschen Bundestages. Hier war er von 1998 bis 2002 stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion. Kinkel ist stets über die Landesliste Baden-Württemberg in den Deutschen Bundestag eingezogen. Unterlagen über seine Tätigkeit als stellvertretender Fraktionsvorsitzender befinden sich im Archiv des Liberalismus der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in Gummersbach. Öffentliche Ämter Von 1979 bis 1982 war er Präsident des Bundesnachrichtendienstes. Im Oktober 1982 wurde er zum Staatssekretär im Bundesministerium der Justiz ernannt. Nach der Bundestagswahl 1990 wurde er am 18. Januar 1991 als Bundesminister der Justiz in die von Bundeskanzler Helmut Kohl geführte Bundesregierung berufen. Nach dem Rücktritt von Hans-Dietrich Genscher wurde Kinkel am 18. Mai 1992 zum Bundesminister des Auswärtigen ernannt. Als im Januar 1993 der damalige Vizekanzler und Wirtschaftsminister Jürgen Möllemann von seinem Amt zurücktritt, wurde Kinkel am 21. Januar 1993 zusätzlich Stellvertreter des Bundeskanzlers. 1993 fasste er die Ziele der Innen- und Außenpolitik, wie er sie betrieb, so zusammen. Nach der Bundestagswahl 1998 und dem damit einhergehenden Regierungswechsel schied Kinkel am 26. Oktober 1998 aus der Bundesregierung aus. Gesellschaftliches Engagement Klaus Kinkel war bis zum 31. Dezember 2014 Vorsitzender der Deutschen Telekom Stiftung. Er ist Mitglied des Kuratoriums der Bundesliga Stiftung. Klaus Kinkel ist STV. Vorsitzender des Kuratoriums der Sepp Herberger Stiftung des Deutschen Fußballbundes. Klaus Kinkel ist Ehrenmitglied der liberalen türkisch-deutschen Vereinigung. Mitglied im Präsidium der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Unterstützer des Opfer Vos Kura. Auszeichnungen 2005 Reinhold Mayer Medaille der Reinhold Mayer Stiftung. Kabinette Kabinett Kohl IV Kabinett Kohl V Veröffentlichungen Bewegte Zeiten für Europa In Carolina Ypsilon Robertson von Trota Europa in der Welt Die Welt in Europa Punkt Nomus Baden-Baden 2006 ISBN 3-832919341 Klaus Kinkel Grenzenlose Leistung Die deutsche Einheit und der Einsatz der Telekom beim Aufbau Ost Deutsche Verlag Sanstalt in der Verlagsgruppe Random House München 2014 ISBN 978-3421-04670-3